Hey was geht! Heute mal wieder mit einem Video direkt aus dem gähenden Sommerloch. Die letzten Tage war es etwas ruhiger auf meinem Kanal, was daran liegt, dass es einfach nichts Neues vom 7Days2Day Update gibt. Da ich euch aber nicht so lange auf dem trockenen sitzen lassen will, habe ich mir ein neues Format ausgedacht, um die Lücke zu füllen. Die 7Days2Day Gameplay Tutorials, in denen ich euch verschiedene Aspekte des Spiels erkläre, wie zum Beispiel heute den Strom. Zugegeben, damit erfinde ich das Rad nicht neu, aber ich hoffe, dass ihr durch meine Herangehensweise an dieses Thema etwas für euch mitnehmen könnt, das euch weiterhilft. Eine Sache noch bevor wir anfangen. Schaut euch bitte das Ende des Videos an, da ich noch eine kleine Ankündigung zu machen habe. Okay, genug der langen Einleitung. Zeit loszulegen. Wie gesagt, geht es um das Thema Strom, wobei dieses recht groß ist, weshalb ich es in drei Episoden unterteilt habe. Die Erzeugung und Lagerung von Strom, wie man ihn richtig verkabelt und seine Einsatzmöglichkeiten. Dementsprechend schauen wir uns heute gemeinsam an, wo der Strom herkommt und wie wir ihn nutzbar machen können. Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten, um Energie zu erzeugen. Der Generator, welcher mit Benzin betrieben wird und die Solarzellen, die mit Sonnenkraft laufen. Gucken wir uns zuerst den Generator an, welcher die höchste Wattleistung erreichen kann, aber auch ein wahrer Benzinschlucker ist. Wenn wir den Ratterkasten mit E öffnen, sehen wir hier die Werte des Geräts. Zuerst kommt der Füllstand des Benzins, welcher maximal 1000 Einheiten betragen kann. Wie gesagt, benötigt ihr eine ganze Menge Treibstoff, weshalb ihr euch ohne das Rezept zur Herstellung nicht darauf verlassen solltet. Sobald ihr es gefunden und gelernt habt, könnt ihr auf vier verschiedene Arten an Treibstoff kommen, die ich euch kurz einblende. Bei wem die Casinochips sehr locker sitzen, kann sein Glück auch bei einem Händler versuchen. Wenn ihr das Benzin im Inventar habt, drückt auf Nachtanken, um 250 Einheiten hinzuzufügen. Als nächstes kommt die bereits erwähnte maximale Leistung, die durch die Anzahl und Qualität der kleinen Motoren bestimmt wird, die man hier unten einfügen kann. Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, benötigen wir mindestens einen Motor. Die Leistung jedes zusätzlichen wird automatisch hinzuaddiert. Dieser Balken zeigt den aktuell erzeugten Strom an, welcher logischerweise nicht höher sein kann, als die maximale Leistung. Wichtig ist dabei zu wissen, dass nur Strom erzeugt wird, wenn ein Bedarf danach besteht. Das heißt, solange wir keine Lampe oder ähnliches anschließen, können wir den Generator einschalten, ohne dass er Benzin verbraucht. Je höher der Bedarf ist, desto höher ist natürlich auch der Verbrauch. Um die Motoren auszutauschen oder nachzutanken, müssen wir das Gerät zuerst abschalten, was man entweder hier machen kann oder durch langes gedrückt halten der E-Taste. Ach ja, falls sich der Generator innerhalb aus geschützten Gebiets befindet, könnt ihr ihn einfach wieder aufheben über diese Funktion, was sehr zu empfehlen ist, da man sonst nur Einzelteile erhält. Was auch auf die Solarzellen zutrifft und eine gute Überleitung ist. Diese nachhaltige und vor allem leise Stromquelle hat leider einen unangenehmen Pferdefuß. Mal abgesehen davon, dass sie nur tagsüber funktioniert, da man weder die Solaranlage noch die dafür benötigten Solarzellen selber herstellen kann. Zur Zeit haben die Hände ein Monopol darauf und verkaufen diese auch nur unter der Ladentheke zu horrenden Preisen. Wenn wir eine solche Anlage in die Finger bekommen, können wir sie wie gewohnt mit E öffnen und sehen eine ähnliche Anzeige wie beim Generator. Zuerst steht wieder hier die maximale Leistung, welche erneut durch die Anzahl und Qualität der Paneele bestimmt wird, die wir einbauen. Auch hier benötigen wir erneut mindestens eine Solarzelle, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Die maximale Leistung einer Zelle ist auf 30 Watt beschränkt, weshalb die Solaranlage höchstens 180 Watt erzeugen kann, was deutlich weniger ist als der Generator. Darunter wird uns wieder die aktuell erzeugte Energie angezeigt, welche ebenfalls nur produziert wird, wenn ein Bedarf danach besteht. Bei der Installation der Solaranlage muss man beachten, dass man sie nur unter freiem Himmel platzieren kann, was nicht heißt, dass man sie anschließend nicht verbauen kann. Aber Achtung, wenn ihr die vier Felder direkt über der Anlage zubaut, kann sie keinen Strom mehr erzeugen. Wir müssen theoretisch nur dieses Feld freilassen. Allerdings habe ich eine kleine Liste von Blöcken zusammengetragen, die man sogar noch in dieses Loch platzieren kann, um seine Konstruktion zombiesicher zu halten. Fossile Brennstoffe oder Solarenergie? Welcher ist euer Favorit? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Neben diesen zwei Stromquellen, die man jetzt theoretisch direkt an sein Netz anschließen kann, um sie zu nutzen, gibt es noch eine dritte, die sowohl eine Quelle als auch eine Lagermöglichkeit sein kann, womit natürlich die gute alte Batterie gemeint ist. Ebenso wie die kleinen Motoren und Solarzellen können wir diese in ein Gerät platzieren, um den Strom nutzbar zu machen. Die sogenannte Battery Bank verfügt über das nun bereits bekannte Wertesystem, welches uns wie zuvor die maximale Leistung und aktuell erzeugte Energie anzeigt. Wenn wir das Gerät aktivieren und ein Strombedarf besteht, sinkt langsam die Haltbarkeit der eingelegten Batterien, bis diese auf Null ist, was bedeutet, dass sie leer ist. Entweder können wir jetzt eine neue Batterie einlegen, oder wir nutzen den zuvor beschriebenen Generator bzw. die Solaranlage, um sie wieder aufzuladen. Nehmen wir dazu das sogenannte Wire Tool, das wir uns in der nächsten Episode nochmal genau angucken und machen einen Rechtsklick auf den Generator. Anschließend klickt ihr nochmal mit der rechten Maustaste auf die Battery Bank. Wenn wir nun den Generator und die Battery Bank aktivieren, lädt sich die Haltbarkeit der Batterie langsam wieder auf. Aber Achtung, das Ganze funktioniert nur, wenn dieses Gerät auch wirklich aktiviert ist, denn der Strom ansonsten einfach weitergeleitet wird, ohne dass was passiert. Das gleiche könnt ihr auch mit der Solaranlage machen. Generell empfehle ich immer mindestens eine der zwei Stromquellen in Kombination mit der Battery Bank zu nutzen, um eine konstante Energieversorgung zu gewährleisten, wobei mein Favorit die Sonnenenergie ist. Alles klar, soweit erstmal zur Erzeugung und Lagerung von Strom. Ich hoffe, dass euch das Video weiterhelfen konnte und würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. So, zum Abschluss noch die erwähnte Ankündigung. Ich wurde schon öfter auf die Tonqualität meiner Videos angesprochen, mit der ich selber auch nie wirklich zufrieden bin, was aber daran liegt, dass ich nur ein 10 Euro Headset habe. So gern ich daran etwas ändern würde, sitzt der Groschen bei mir nicht gerade locker, so dass ich kein Geld überhabe, um es zu investieren. Deshalb bin ich jetzt auch bei Patreon und würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich dort unterstützt. Ich mache diese Videos wirklich gerne für euch und würde mich sehr darüber freuen, wenn ich die Möglichkeit bekommen würde, mich weiter zu verbessern. In dem Sinne, habt eine geschmeidige Woche und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020